Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Beta-Test, sag ich einfach mal. Wir spielen jetzt Star Wars Battlefront. Gucken wir uns einfach mal an die Beta und jetzt, wir werden auf jeden Fall mal die beiden Moden antesten, gucken dann, wie viel wir weiterspielen werden. Wir fangen aber einfach mal an mit Dropzone. Ich hab tatsächlich schon eine Runde gespielt, die lief sogar recht gut für mich. So, äh, join. Mal gucken, wie wir spielen. Ich hoffe ja, die imperialen Truppen. Ich hab eigentlich noch nix freigeschaltet. Muss ich leider gestehen. Oder? Weiß ich nicht. Ich guck gleich mal kurz nach. Kann wir ja machen. So. Hallo? Lädst du mal bitte? Ah, okay. So, ah, okay, wir sind er. Oder die. Ähm. Ah, guck mal hier, wir können hier schon was. Hier, Unlock. Sehr gut. Hand. Ist jetzt ab Level 3. Okay. So. Aber ich muss das auch irgendwie wahrscheinlich ausrüsten. Wie kann ich mir das denn ausrüsten? Okay. 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 Okay, jetzt starten. So. Ich weiß es grad nicht. Das kann man überspringen. Und, oh, wir haben einen Partner. Starten wir mal bei dem. Man sieht, ich bin, äh, der absolut beste Spieler in diesem Spiel. Scheiße. Ach, kacke. Okay. Na gut, hier hast du es auch, äh, auf dieser Karte hast du es auch, hast du es auch als imperialer Druck schwerer, weil wir halt weiß sind. Ne? Da haben wir das ein bisschen komplizierter. Weil die uns halt schneller sehen. So, wir spielen Drop Zone, das heißt, hier droppt ab und zu eine, eine Zone und die muss man halt einnehmen. Darum geht es. Brauchen wir was kaputt machen. So. Oh, die haben mal Geschütze aufgestellt. Die sind ja kacke. Und auch so hat er mich von hinten erschossen. Starten wir mal hier bei Partner. Die spielen alle wohl schon ein bisschen länger. Gut, ich hab's doch gestern erst runtergeladen. Ne? Puh, von hinten. Es spielt sich tatsächlich auch ganz anders als Battlefield. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre so, es wäre einfach Battlefield nur in Star Wars Grafik. Dachte ich. Ist es aber irgendwie nicht. Es ist tatsächlich ein komplett anderes Feeling. Das ist echt cool. So, wo sind denn hier jetzt die... Wieso immer von hinten? Könnt ihr nicht einmal frontal kommen? Mann. Ich hab das nicht so gern von hinten. Das wisst ihr doch. So. Siehst du, ich hab hier kein Stück gesehen. So ein, so ein, äh, hier Imperial-Truppen hättest du sofort gesehen. Ne? Ja, gut. Die Marovie über die ganze Saison dabei. Keine Ahnung. Gut. Na gut, ich bin ja noch bei Anfangswaffe, ne? Man soll sich ja nicht beschweren. Dann muss ich wohl besser spielen einfach, ne? Ah, Sniper. Okay. Ich hab, glaub ich, noch keinen einzigen getötet. Nö. Okay, aber ich bin schon siebenmal gestorben. Das ist doch schon mal vielversprechend. Würde ich behaupten. Nicht. Da gibt's doch erst die erste Runde, erste Folge, sag ich mal, ne? Alles kann man ja üben. Aber ich werd's jetzt nicht einfach... Äh, ich werd's jetzt eigentlich nicht raushauen. Nur weil ich keinen getötet hab, ich hau's einfach trotzdem raus. Weil ich mir das, wenn ich getötet hab. Und mein Waffe ist überhitzt. Stiper. Ach, komm schon. Aber wir haben welche getötet. Hier ist doch noch hier... Wir haben... Zwei getötet. Was? Ich dachte, nein. Nein. Ach, zwei. Das war's auch gut. Ich weiß, eigentlich soll man hier auch diese Potts einnehmen. Machen wir auch. Aber meine Waffe schießt irgendwie kacke. Hab ich das Gefühl. Aber hier geht es tatsächlich nicht um die Waffen, sondern einfach sowas wie um die Schussgeschwindigkeit. Tatsächlich von den Waffen. Weil Laser ist halt Laser, ne? Da macht es halt... Machen die Kugeln halt meistens keinen Unterschied. Würde ich, glaube ich, behaupte ich gerade... Da ist es gerade tatsächlich nicht sicher. Ich hab mich gerade selber ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so. Weil einige schießen halt einfach nur schneller als du, deswegen. Oh, fünf Skill. Was ist mit dir passiert? So. Oh, wie sieht der Fader-Musik? Ist der Fader gerade unterwegs, oder was? Kann das? Das will ich sehen, wenn der hier ist. Tod. Ja. Man sieht, diese Granaten finde ich echt schlecht. Wenn man so im Getümmel ist. Okay, wir haben verloren. Wir sind bei sechs Minuten. Oh, da kann ich ja noch eine Folge hin dranhängen. Also noch eine Runde. Verreust mich einmal. Es ist gerade... Es ist noch nicht mal acht Uhr morgen, das heißt. Und ich bin hier schon am Aufnehmen. Na gut. Ich muss auch gleich noch zur Schule. Aber ich will diese Folge unbedingt noch gleich ganz schnell rendern und hochladen. Das schaffe ich aber auch. Von der Zeit her. Wenn ich die Folge halt nicht zu lang mache. So, wir sind tatsächlich sogar schon Rang 2 gewesen. Bitte lasst mich Rang 3 werden. Ja, wir können uns die Sniper kaufen. Haha. Ich muss aber noch gucken, wie ich die ausrüste. Ich verstehe das nicht ganz. So. 292 haben wir hier wieder. Danke, dass Sie die... ...Demo von Battlefront gespielt haben. Immer wieder gerne. Äh, Demo von Battlefront. Nicht Battlefront. Okay, so. Iron Shot. Okay, gut. Es gibt doch verschiedene Schüsse auch noch. Unlock. Den kann ich wahrscheinlich... Den kann ich nicht mehr anloggen. Frage ist halt nur... Ah. Okay. So funktioniert's. Okay, 750 für eine neue Waffe. Alles klar. Äh, Matchstart. Okay. Haben wir das auch? Jetzt müssen wir gucken. So können wir die Waffe wechseln. Auf die... Okay. Ist gar kein Spieler. Huch. Ich dachte, das wäre ein Spieler. Ich möchte mal ein bisschen... ...Rum-Snipern in dieser Runde. Ich möchte das mal ausprobieren. Ein bisschen. Oh, ich war gar nicht mehr für das Sniper. Hat mich auch... ...krank ein bisschen gewundert, wie ich schießen konnte. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. So. Aber wahrscheinlich habe ich da irgendwie immer nur einen Schuss oder so. Kann das sein? Ich glaube, das kann sogar sein. So. Hier ist das Ende der Karte. Nein. Oh. Aber gut. Die lädt sich wieder auf. Okay. Aber schön, dass wir zumindest mal auch eine Granate haben. Das ist ganz super. Bam. Schade. Keiner erwischt. Nach vorne. Von hinten. Okay. Schade. So. Sieben Minuten gibt es die Runde tatsächlich noch. Doch, man muss nicht lange. Yo. Wir sind mal dabei. Wir gehen nicht. Ich gehe in Position, um mal ein bisschen zu snipen. Wir müssen mal auch so viel gehen. Da komme ich nicht rüber. Na, Klasse. Oh, Alter. Was hat der bitte für eine Schussgeschwindigkeit gehabt? Krasser Kack. So. Nochmal. Ich will snipen. Krass. So. Oh, nicht getroffen. Also nicht tödlich getroffen. Oh, das ist jetzt mal so eine richtige... So was ist eine richtige Star Wars Schlacht. Ja. Das sah mal richtig gerade nach Star Wars aus. Geil. Mega cool. Jetzt hätte ich zum Beispiel noch eine Granate hinschmeißen sollen. Aber so was muss ich halt alles noch lernen. Das ist so. Das ist so. Bäm. Haben wir ihn weg. Dankeschön. Dankeschön. Dass du mich leider blockiert hast, was ich nicht wegkriegen konnte. Vielen, vielen Dank. Ich hab noch eins gedrückt. Aber nein, dann wirft er natürlich nicht, der... ...Typ sie hier. So. Finde ich steuern tatsächlich noch ein bisschen ungewöhnt, das mit der Eins zum Beispiel. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich glaub, das war zu weit. Gut, da war wieder einer, der von vorne kam. Äh, von der Seite. Der von vorne hat... Das wär cooler gewesen. Hätten wir uns weiter betteln können. Boah, was? Sehr gut. Der Port ist in unserer Hand. Wow. Alter. Ach, da war der schon. Bäm. Da haben sie tatsächlich einen damit getötet, mit der Granate. Geil. Wie du siehst... Oder wie man gerade gesehen hat, man sieht sie halt schlecht. Äh, die Pots. Äh, nicht die Pots, die Granaten. Warte, ich hab die doch voll mit der Sniper getroffen. Hm. Das ist blöd, du. Das ist doof. So. Ich hab' die Position einer anderen Sniper-Pot. Warte, ich hab' noch nicht zugehört. Ach, warte. Ach, guck mal hier. Oh, der wollte ich gar nicht. Das find ich ja sehr, sehr gut. Wow. Hauptsache erstmal eine Granate überhinschmeißen. Aber in manchen Fällen trifft man ja tatsächlich danach dann. Sollte er weiter. Oh, ich hab' ihm voll den Headshot gegeben. Aber ja, mir wahrscheinlich auch. Und es kann nur einen geben. Kill Assist. Yeah. Ganz toll. So. Ich guck grad zwar hier... Keiner. Doch, da war doch einer. Da war einer. Da war einer. Oh, Mann. Vielleicht hab ich jetzt zu lange gewartet. Kann auch sein. So, Partner. Ah, ich kann das auch gar nicht. Okay. Jetzt, dann kann ich. Okay. Ach, kacke. Gut, vielleicht bin ich einfach nicht so der geborene Sniper. Wahrscheinlich bin ich überhaupt nicht der geborene PvP-Spieler. Könnte sein. Ach, 0 zu 4. Alter. Ich will einfach nur verkacken. Nächstes Mal spielen wir nochmal einen anderen Modi auf jeden Fall. Freue ich mich auch schon drauf, den auszuprobieren. Oh, sowas ist wieder immer nervig. Aber gut, der ist auch schon... Wahrscheinlich schon Level 5. Und ich bin grad mal Level 3. Man kann, glaub ich, in der Beta konnte man nur bis Level 5 spielen. Und ich hoffe, man kann das hier später auf den richtigen Spielstand übernehmen. Also auf den... Auf wenn... Ich weiß nicht, wer die Beta ist. Oder hat eine blaue Ausschüsse bei den Rebellen. Cool. Wer? Ach da. Hab ich nicht gesehen. Weiß auf weiß sieht man immer ganz schlecht. So. Weiß auf die Escape-Pod. Joa. Sieg Runde oder Runde geht zwar nur 10 Minuten, aber man... Sie fühlt sich echt verdammt lang an. Das muss ich so sagen. Oh, der ist allein gerade gestorben bei mir. Deckung ist hier eigentlich alles, aber... Gerade hat's auch nicht geklappt. Okay, wir haben verloren. Das ist... Doof. Doof, doof. Doof, doof, doof. Ist das? Oder? Ja, okay. Ah, ah, okay. Die sind Most Kills. Äh, ja. Aha. So. Rank 3 sind wir. Rank 3. Okay, und wir haben... 14.000 Punkte braucht man. Krass. So viel haben wir gar nicht. 176. Das heißt, es reicht auch nicht für... Dings. Ne? Dings halt, ne? So. Okay, jetzt quitten wir erstmal. Ich weiß, alle wollen noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Aber wir haben's schon 18 Minuten. 18 Minuten und ich muss das auch noch gleich ändern. Und nächstes Mal gehen wir dann zu den Wargars. Wollen wir mal gucken, was da auf uns wartet. Und diese ganze Sache... Oh, ich will die so gehen spielen. Aber das dauert noch ein bisschen. Also erstmal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.